Liebe Schützenbrüder, liebe Oedinger, Corona hat unseren Alltag voll im Griff. Nichts ist mehr so, wie es früher war. Unser Schützenfest findet dieses Mal sogar zum zweiten Mal statt. Wir versuchen aber aus dieser Situation das Beste zu machen. Die fallenden Inzidenzzahlen lassen es zu, unter bestimmten Bedingungen sich mit Freunden und Bekannten zu treffen. So hoffen wir, dass wir wenigstens etwa Schützefeststimmung bei Musik und guter Laune erreichen. Nächstes Jahr hoffen wir allerdings, dass wir wieder ein zünftiges Schützefest gemeinsam in der Halle feiern können. In diesem Sinne, bis es nächstes Jahr wieder heißt, Schützenbrüder, angetreten, es grüßt das Kaiserpaar Dietmar und Marius. Auch liebste, herzlichste Grüße vom Königspaar Roger und Ilka. Mittlerweile schon im dritten Jahr euer Königspaar. Wenn man sich das überlegt, der Kaiser hat noch zwei Jahre vor sich und wir haben schon drei Jahre dann hinter uns. In der Hoffnung, dass wir nächstes Jahr unser Schützenfest wieder offiziell feiern können und einige Bewerber an der Vogelstange sich finden werden, um die Königswürde zu erringen und darum zu kämpfen. Wir freuen uns drauf, im nächsten Jahr mit euch allen zusammen wieder ein Originalschützenfest mit Originalabläufen feiern zu können. Euer Königspaar Roger und Ilka. Ich grüße alle Jungschützen und vor allem die neuen und jüngeren Jungschützen und hoffe, dass wir 2022 ein Schützenfest in alter Tradition feiern können. Ich grüße den Oedinger Schützenabwuchs und freue mich auf ein Jahr ohne Erfolg.